Wir sind auf der Landesstraße 156 von Neustadt Richtung Kappel. Da hatten wir fünf ungestürzte Bäume, unter anderem war ein Baum auf einen fahrenden Pkw gestürzt. Was habt ihr da beim Eintreffen bei dem Pkw vorgefunden? Die Person war glücklicherweise nicht beim Pkw, ist aber leicht verletzt. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017